Ganz ehrlich, wenn ich Bayern sehe, dann genieße ich von dem Fußball, als Fußballliebhaber. Meiner Meinung nach so muss Fußball gespielt werden und es macht sehr viel Spaß nach Bayern München zu gucken. Wenn man dreimal hintereinander von Bayern gewinnt, dann bedeutet das, dass man etwas Besonderes gemacht hat, weil Bayern ist eine Topmannschaft in Deutschland, aber sonst nichts. Es geht mir darum, dass wir am Ende der Saison auf einem Champions-League-Platz stehen, weil das wollen wir alle. Wenn wir dafür dreimal gegen Bayern verlieren müssen, dann habe ich lieber, dass wir dreimal verlieren und die Champions League erreichen, als keine Champions League und dreimal von Bayern gewinnen. Ich glaube, das ist normal. Es ist super, dass wir wieder spielen und wirklich, der Kanzlerwelt hat das gesehen, wie wir das hier gemacht haben. Das hat Bundesliga, DFL hat das super gemacht, aber das war aufgestellt in März, vielleicht April, aber ich glaube März. Und jetzt sind wir im Juni. Also das Vieres hat sich in eine Richtung entwickelt. Und es ist immer gut, dann nochmal wieder zu gucken, okay, ist das, was wir im März aufgestellt haben, ist das heutzutage immer noch das Gleiche? Muss das immer noch das Gleiche sein? Und deshalb meine Antwort ja. Ich glaube, es ist gut, dass wir da nochmal nachgucken. Bis zum nächsten Mal.